... nach dem ägyptischen Toten Gott. Osiris ist über 200 Mal schwerer als die Erde. Und seine Umlaufbahn führt ihn auf weniger als 6,92 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche herab. Der Osiris wird in diesem planetaren Fliegefeuer praktisch gegrillt. Die Oberflächentemperatur ist bei über... Schon ein wenig steif. Durch diese enorme Hitzeeinwirkung verdient der planetgeschützter 100.000 bis 500.000 Tonnen Wasserstoff pro Sekunde. Der planeten schützt sich Wasserstoff zu nennen. Er hat sich eine Wollung in die Nacht. All right. Die Atmosphäre des und wir es flühtet förmlich aus. ... in den Weltraum in den Weltraum. Wissenschaftler vermuten, dass der Planet einen tausende Kilometer langen Spur aus Gaswirbeln in der Welt herzieht. Damit bietet der Wissenschaftler noch nie dagewesen Möglichkeiten. Die Atmosphäre des Heimskops... ... die Atmosphäre des und wir es flühten, dass der Planet in den Weltraum finanzieht. Und diesen ist es für den waterfallen Spur ausgeliehen. Vielen Dank.